Die machen es auf jeden Fall eng für uns. Jetzt ist der Pass von Dröger und da kann Amura sein Tempo wieder zeigen. Alleine kann aber auch Rügel überlegen zu Baku. Und da wachte das Eisteid. Starkes Debüter für Mohamed Amura. 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Genau darauf wollen wir uns natürlich freuen dann in der Saison. Dafür haben wir ihn gewonnen. Bis dann habe ich ja gar keinen. Wollte ich gerade sagen. Also im Training habe ich ihn jetzt ein paar mal beobachten können. Der kam mit beiden. Und ja, das ist eiskalt. Ja, das ist halt diesen Touch beim Tor. Den hast du oder hast du nicht? Und der hat...